Also okay, ich versuche jetzt einen Film zu malen, aber der ist insane schwer, Leute. Erstmal müssen wir gucken, wir sind im Jungle. Was sollen wir picken im Jungle, Leute? Ich glaube, ich würde mich mal auf Shadow Cane Assassin sehen. Hier, das wird sauschwer zu malen sein. Das müssen wir nämlich, ähm, hier sind Häuser. Also ich darf nichts sagen eigentlich. Naja, ganz viele Häuser. Habe ich schon gebannt, ja, ne? Ist ein bisschen weird. Aber. Ja, okay, Balou hat es schon. Balou hat es schon. Ich werde euch, ähm, zeigen, was es, ich weiß nicht, ob man es, ob man es sieht. Müsste man eigentlich. Definitiv einer meiner Lieblingsfilme. Gibt es in dem Film Hafensänger? Ja, ähm, sie ist eine. Sie ist eine Hafensängerin, von Beruf aus quasi, aus, von Ausstattung quasi. So, Leute, wir sind angekommen. Shadow Assassin ist der Plan. Let it be, Leute. Auf Shadow Assassin macht manchmal richtig Bock. Silien? Äh? Walga? Äh? Victor mit Eisbohrn? Äh? Ich glaube nicht. Ne. Deswegen müssen wir jetzt schnell zu unserem Buff rüber. Okay, der ist sogar noch da. Das Problem ist, dass wir immer relativ lange für den brauchen, weil wir kein Dings haben. Aber, ne? Wenn wir den kriegen, ist das nicht verkehrt. Wir schmeißen den mal einfach weg. Jetzt gehen wir uns doch schnell in den Buff hier gönnen. So. Gönnen wir den. Und wir nehmen noch eben den Dings mit. Ich glaube, dann sind wir sogar Level 4. Kann das sein? Ne, sind wir nicht. Aber ist egal. Überlebt er da oben? Ich hätte da hingehen können. Hätte er vielleicht überlebt. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Dann gönnen wir uns dann den Wölfel. Dann sind wir auch Level 4. So. Ne, mein First Bag ist immer so 950 Gold bei den meisten Jungle. Hast du das Jungle Item und Schuhe? Das ist immer geil, wie ich finde. Wie ich finde, geil. Frage ist, ob wir Midlane ganken. Ich denke, ja. So. Und hier immer hier oben drüber ganken. Das ist besser. Könnt ihr auch direkt durch die Wand slippen. Slipping. Allerdings. Frage, ob er eine Kette hat. Ne. Kette hat er nicht. Keine, keine Kette. Red Smite ist da. Eigentlich könnte man auf Assassin auch das Blue Smite gehen. Oder ich weiß gar nicht, wie ich das sonst immer gemacht habe. Ich glaube, ich habe sonst immer Blue Smite gemacht, oder? Ich weiß es nicht. So. Wo kann ich was ganken? Ich denke, Midlane ist die beste Lane. Reudiger. Reudiger. Later. Immer dieser Greed. Ja, da denkt man sich so. Ja, ich gehe mal. Ich bin Walgar. Ich gehe mal helfen. Greed. Ich habe leider keine E. Ich würde gerne den traden. Längst verliere ich jetzt. Vielleicht kriege ich ja die XP von den Minions. Ich weiß nicht mal, ob ich ihn schaffe. Aber jetzt ist euer Red Smite halt auch cool, ne? Wir sind auch schon fast verwandelt. Ich glaube, wir gehen direkt nochmal Top-Lang gleich. Dann haben wir auch unsere Form. Was hältst du von Weh-Max of Cain? Ich habe mir angewöhnt, drei Punkte in Scute machen oder vier. Das ist so, was ich mir angewöhnt habe. Das ist jetzt nicht so geil. Ich werde ihn nicht töten, aber ich werde meine Form bekommen. Ja. Hoffentlich. Ne, ich glaube nicht mal die Form kriegen wir. So. Wir haben unsere Form. Das ging relativ gut bisher. Ich rush direkt. Ich überskippe das Jungle-Item und gehe direkt für Jumus oder so. Wir gehen erst mal an Bot-Lang. Never get a losing lane. Top-Lang. Wir müssen Jinx nach vorne bringen. Und it's best. You never can get the rest. Ich komme. It's me. Here's Johnny. Autotech. Na gut, eigentlich, ähm. Also ja, eigentlich hätte ich besser den, äh. Vielleicht, ich hoffe, er macht da was mit. So, wir könnten für Velga gehen, Leute. Velga mit 0,3 macht, der ist, glaube ich, gerade. Er ist gestorben, kann es sein. Macht gar nicht so viel Sinn, aber. Meine In-Loads-Fault ist ja auch nicht schlecht, ne? Ja, gut. Ich glaube, ich gehe direkt Bot-Lane nochmal. Ich glaube, wir kacken auf Velga und gehen Bot. Wir müssen nochmal kurzen Sekunden-Dolo warten. Okay, jetzt müssen wir Gas geben. Jetzt müssen wir Going Giving Gas. Die Frage ist, ob C-Lea ein Ult hat oder nicht. Ja, later. Schön. Wir wollen noch 50er Gold. So, jetzt gehen wir nochmal hier. Gehen wir, ich gehe, also ich finde, also Draktablet ist Überboss. Aber ich finde, wie gesagt, es gibt halt die Rechnung. Manchmal, wenn du genug Damage hast, dann brauchst du kein Damage. Wer zu viel Damage hat, geht auf weniger Damage. Ich gehe nochmal top, aber der ist halt Level 10, hat Ice Thorn, ist nicht so geil alles. Aber wir haben einen Smite. Red Smite hilft auch hier wieder. Der ist halt tanky as fuck, alter. Holy shit, man. Er trifft aber auch seine Spells einfach nicht. Also seine E als Beispiel. Der ist halt super tanky. Wir können mal gucken, ob die Papageien da sind. Wäre ich... Da würde ich mich drüber freuen. Ich würde da tatsächlich entzückt jubilieren. Ich nehme mal die Seeleime mit. Guten Tag. Wupp. Das Problem ist, Victor ist 4-1. Den müssen wir unbedingt kontrollieren. Let's go, boys. Magic Pen. Musch, musch. Jetzt go. 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 Perfekt. Das ist schon mal perfekt. Der kriegt kein Damage. Bitte jetzt. Ich meine, ich glaube, ich hätte es noch Solo geschafft. Aber holy shit. Jetzt verstehe ich, wieso Victor top so broken ist. Der ist ja übel heftig. So. Ähm. Falls wir den überhaupt schaffen. So. Da kommt der Ball. Da, 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 da. Ich hätte, glaube ich, nicht ulten müssen, aber sicher ist sicher. Safe is safe. Vielleicht ist ja noch eine Out of, Out of Gathering da hinten. Hä? Dein, dein, dein Ernst? Aber ich habe hier die Dings. Ult ist perfekt. Da guckt euch das an, wie schnell wir fliegen, Leute. Deswegen. Scheiße. Oh, doch, getroffen. Deswegen. Na? Außer ich töte Hackerin. Was aber, glaube ich, nicht ausreichend. Aber der Mensch ist nicht schlecht. Nee. So, jetzt können wir. Schade. Schade. Why? Ach. Why? Menometer. Why? Why? ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk